Okay, ich spawn erstmal in nem scheiß Bücherregal oder wo auch immer. LOL, ach, die ist auch größer, also kleiner. Ja, ich bin irgendwo drin gespawnt und ich komm hier scheinbar nicht raus. Ist das für ein Schrott? Ach, die Momedi-Map gehört so. LOL. Ah, die Map, ja, die ist cool, irgendwie. Man kommt hier so langsam vor, irgendwie. Ja. Oh, ne Rifle. Ich bin in den Ofen, Mensch. Ach, ich sehe dich sogar. Was? Halt, stopp. Oh, schau, da hat er nicht getroffen. Bitte was? Jo. Okay, das gott, das gott ich aber getroffen. Kann man in den Ofen? Ich glaube, es ist ein Fächter in der Kiste, kann das sein? Ja, das ist keine Ahnung. Das geil ist, da sind auch noch dann Sachen gestimmt, also gelagert. Boah, weißt du, was richtig gut wäre? Oh, schade, das geht nicht. In einem Raum ist so ein riesiger TNT-Block, wenn der explodieren wird, das wäre so cool. Das... Bestimmt tut er das. Hallo, Felix. Moin, wo bist du? Das sag ich nicht. Nein! Das war wohl... Er hat keinen Bock mehr auf Inno sein. Nee, ich hab's zum Glück überlebt, aber... Aua. Was? Hä? Ich hab's auch noch explodieren gehört. Ohleleu, wie ekelhaft wär das denn, wenn das ne Traitor-Falle wär? Ich hab gerade einen Meter gefallen, aber trotzdem hab ich Fallschaden genommen. Was hab ich noch explodieren gehört? Oh, was? Ich hab Felix grad gesehen, der ist bei dem großen TNT-Block. So, wie sieht denn das Ganze hier aus? Ach, das ist ein Schatz. Ach so, so ein Bruder. Oh, nein. Und da sind halt die Blöcke drin. Von wie geil wäre das, wenn das ne Traitor-Falle wäre, hier, dieser Pisten. Ja. Ach, du bist beim Pisten. Ich stehe auf dem Pisten. Warte mal, der Mästen. Warte, was? Hä? Hä? Ich bin so heftig. Wer ist das dahinter im Blumentopf? Das bin ich. Eine Nase juckt. Wieso ist die Blut? Das bin ich. Aha. Ach, ja stimmt. Also, bis hier vorne untergefallen. Boah, die Map irritiert mich Todes. Man kann in den Ofen rein. Ja? Aber nur wahrscheinlich unten, oder? Oh, scheiße. Scheiße, wenn ich jetzt sterbe, dann ist es Jordan. Und der muss mich wahrscheinlich nur noch mal anrufen. Au. Das ist ja alles, der muss, ey. Das ist ja fast nur im echten Ding. Boah, es gibt so viele Gang, ey. Ah, hier drin sind ganz viele... Incis. Incis. Lol. Geh, das ist witzig. Im Ofen. Lass mal ehrliche Feuer machen. Wo ist denn der Ofen? Ach, da. Ah. Okay, ich glaube, ich hab'n Problem. Und wie viele hast du? Nein! Ach, komm, weh. Jetzt krieg ich... Wenn ich dadurch noch wieder zu Minus kam, war, bekomm, leck mich am Arsch. All wirklich, denn bin ich tilted. Es hilft sich ganz gut, dass du Trader bist, ne? Ja, ist klar. Alter, wenn ich jetzt... Wenn... Gut, würde es sich treffen, wenn Chris, äh, jetzt... Trader wär. Der ist aber leider schon tot. Du bist ja... Als ob er daran jetzt gestorben ist. Ich hab' hier ein Röcheln hören. Oh, Mann, leck mich am Arsch. Felix? Ey, ich werd' doch gleich wieder... ... auf 800 Karma oder so runter sein, Alter. Oh, fuck off. Oh, shit! Easy! Als ob, Mann, ey, das ist... Ihr seid so scheiße. 911 Paradelektrum im Arsch. Gewonnen mit einem Schuss. Ihr seid echt so kacke. Boah, ich hab' die Rücke nicht gesehen. Ich bin einfach nur vor sich runtergefallen. Ich dachte mir, was ist mit seinem Jungen jetzt, Alter. Er steht da oben drauf überall und Feuer spinnt. Er steht einfach wie so'n kleines Suizid-Kind runter, Alter. Ja, das war... Ich bin halt eine Minute hoch und hab' nicht gesehen, dass es noch einer war. Ja, und ich fang' mir das Minus-Karma ein. Ja, gegen G. Ja, süß, okay. Du hast auch ein bisschen, ne? Seufz. Aber Christoph... Moment, Christoph ist es. Er hat nicht gesagt, dass er... ... er hier... ... inno ist. Ich hab' gerade solches gesagt. Was soll das wohl ausdrücken? Weiß' ja nicht. Sag du's mir. Oh, Mann, ey. Ich hab' keinen Bock mehr zu sagen, dass ich inno bin, weil ich diesmal Trailer bin. Soi. Was von hier eigentlich auf den Bildern steht? Ach, Christoph, Christoph! Ach, Mann! Ich sag' es super! Ach, es war so schön! Warum bist du nicht gestorben, Mann? Das waren zwei Headshots. Ah, und vor allem, Christ fällt instant um. Es war so gut. Und du hast das halt nicht mehr gesehen. Wenn ich das dort drehe, ich rüber! Du hast das mit... mit Christoph nicht bekommen, oder? Mein Schnüppler! Mein Schnüppler, Alter! Ich hab' mich nicht gesehen, deswegen hab' ich mich umgedreht! Ach so, weil du dich so langsam umgedreht hattest, deswegen dachte ich... Ich bin zwar erkältet, aber der Schnüppler schlägt trotzdem noch aus. Ja, Alter, ich schieb' mir ins Gesicht, einfach nur so zum Spaß. Ah! Für uns Gesicht, ne? Ja. Lecker! Was wär, wenn wir ins Gesicht wixen? Okay. Alles klar! Wollen wir jetzt hier im Kreis rennen? Ja, warum nicht? Brenn du vor mir? Oh, scheiße, du kommst echt von da! Ach nö! Oh, Sekunde! Ich komm mal ganz kurz ab, K. Nö! Ja, Traitor-Shop! Du, 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 du! Christoph, Christoph, Christoph! Der ist im Traitor-Shop! Kann sein! Alles klar, Felix, hast du das grad draußen gehört! Ja! Aber richtige Feuerbremsung, Alter! Moin! Felix zieht doch nicht! Wenn ich sterbe, ist Felix zieht! Das wär richtig Spaß mit seiner Karre! Wenn du stirbst, hab ich Felix! Ist Felix gerade so! Oh! Was ist Felix tot? Jordan ist passiert über Felix! Was? Ja, er ist in der Kiste! Oh! Obwohl, er ist erst runtergesprungen! Ich weiß nicht, ob er das erlebt hat! Felix? Jetzt hast du auch nen Radar an, Chris! Was? Weißt du, dass ich noch lebe? Ich hab gesagt, ich weiß nicht, ob du das überlebt hast! Oh ja, der ist gut! Du meintest aber als erstes, jetzt ist Jordan über Felix! Ja, weil du grad... Du warst doch grad da! Du warst doch grad da! Ja, das war richtig aber! Das hab ich aber so auch gesehen! Also, wenn du da rausguckst und über dir ist halt Jordan, dann ist Jordan der Felix! Ja! Team Sledged! Hier kommt man weg! Ach! Jetzt bin ich bei Jordan! Oder was? Hier sind alle, du Pfosten! Das möchte ich so nicht überschreiben! Oh! Oh, jetzt ein Friendship, ne? Oh! 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 Wie hab ich mich denn... Okay, man kriegt da gar kein Zeitschaden und ich dachte mir, wie episch ich mich gerettet hab, Alter! Franchise-Unternehmen! Ich hab mich schon richtig gefreut! Freunde, die zusammenscheißen! Geile Nummer! Dafür steh ich mit meinem Namen! French Reis! Französischer Reis, Alter! Das ist... Das ist... Oh! Er wirft ne Granate, der Wichser! Okay! Oh! Voll gut, find ich! Äh, Leute, wo ist die? Ach, da unten! Aue! Alter! Ne, 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 ne! Darauf hab ich jetzt gar keinen Bock! Oh! Oh, nein! Oh, nein! So, was haben wir draußen? Alter, die Granaten, ey! Reicht auch eng, was? Ja, ich weiß nicht, ich bin's nicht! Ich weiß, ich bin's die ganze Zeit! Wirklich? Ja! Du bist böse! Ja! Ah! 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 John? John? Alles klar! John ist es, John ist es! John ist es! John ist es ja grad Chris weggemacht! Hab ich überhaupt nicht! Was laberst du? Ey, ich hab ihn doch oben sterben! Hör ab! Felix hat die Leiche doch eh gefunden! Ah! Alles klar! Natürlich kann er mich dahinter sehen! Oh, das ist ein Scheiß-Map! Du kannst hier niemanden killen, ohne dass das jemand anders sieht! Das ist halt richtig scheiße! Was? Echt? Ja! Ich weiß auch nicht, wie man hinkommt! Boah, die Map ist richtig kacke! Du kannst niemanden töten, ohne dass das jemand nicht sieht! Alle sind äh, irgendwie an Stellen, dass das jeder mitbekommt! Ja, genau! Äh! Kann ich jetzt schnell wissen, wie man es fehlt! So, Auge in Auge irgendwie! Hab ich aber die Fenster noch mal rechtzeitig zugekriegt, die Holla die Waldfee! Hand in Hand! Nein! Nein! Ich frag mich, ist das TNT irgendwie Traitor-Dings? Das kann man, glaub ich, gar nicht hochgehen lassen! Oh nein! Oh mein Schi-Gott! Äh, alles gut bei dir? Oh! Da hat... Irgendwann zum Glück hat... Der hat ne Kiste vorgestanden! Und ich hab ja extra sogar noch einen Newton-Launcher geholt, aber hier sind auch so viele Sachen, die im Weg stehen, Alter! Ja! Man könnte höchstens hinten von der Kiste, aber auch nicht, dass das keiner merkt! Also hätt ich das eben besser gespielt gehabt, als ich Traitor war, dann wäre das eigentlich ganz witzig gewesen! Ähm... Ist wer bei der Kiste? Ja! Nein! Auf wen hast du grad geaimt, Felix? Wer ist grad geaimt? Auf mich nicht! Felix! Felix! Gefallen wie runtergefallen oder gefallen wie tot? Gefallen wie runtergefallen, hat sich angehört, aber Felix! Rede! Okay, wahrscheinlich ist er tot! Ich würd grad sagen, wahrscheinlich darf er nicht mehr! Da glaub ich tatsächlich nicht! Da glaub ich tatsächlich nicht! Weil ich bin nämlich... Weil ich... ...ein Verdacht hab, dass Felix Traitor ist! Er hat nämlich nicht mehr gesagt und bevor ich das Fallen gehört hab, auf wen er geaimt hatte! Beziehungsweise er stand halt in der Ecke mit der... mit englern Sniper! Und es sah entweder so aus, als wäre er im Traitor-Shop oder hätte auf irgendjemanden auf der Kiste geaimt! Aber da ich nicht weiß, ob er auf Christoph geaimt hab, bin ich dabei noch als erstes! Ja! Nimm doch mal einen anderen Weg! Okay! Nimm den Weg! Oh! Ja, da, da, da! Moment, hier! Das hab ich vorhin gesehen, aber das war... Wenn jemand Federer sieht, dann würd ich sagen, kann man den killen, oder? Weil der redet nicht, oder? Ich war gemütet! Leute! Ich weiß nicht! Alles klar! Und auf wen hast du gezielt? Doch gar nicht gezielt! Ja, das ist das! Gar nicht! Ach so! Gar nicht! Aber verreckt doch mal! Jetzt muss ich nachladen, oder was? Ja, ganz nett! Ey, das ist doch echt gut! Tja, dein Minus-Kammer ist gut! J Brent... 4... Ok... Vielen Dank. So, so, okay. Mäuschen sagt mal Piep. Moin. So, kein Mäuschen. Es ist ein Moinchen. Ah, ja, das ist ein Klassnuss für mich. Alter. Vor allem, das ist doch richtig für den Arsch mit dem Minus Karma, Alter. Jetzt habe ich wieder voll. Weißt du, ich bin bei den 30.000 Mal mit der Deagle in die Fresse, ne? Es passiert nichts. So, der muss ich nachladen und die rennen mir mit dem Home Run-Bett in die Fresse, Alter. Da hatte ich aber echt schon wieder keinen Bock, ey. Unke, das hielt stark ein bisschen. Ja. Salzsturm der Liebe, ey. Moin. Guten Tag. Oh Mann, ich möchte bei solchen Situationen Traitor sein, ey. Verständlich. Einfach irgendwo in der Ecke, wo kein Schwein ist, einfach ins Gesicht und weg ist er. Nein, natürlich kriege ich noch Fallschaden. Was jetzt gerade beide Granaten... Bist du behindert, Mann? Nö. Alter. Scheiße, wer gehen die jetzt? Ne. Wenn jetzt die Insys alle hochgegangen wären, das wäre ein Spaß. Wer ist da vorne? Das ist Jordan. Ich. Renn. Du auch, also. Du lebst, oder? Ich habe überlebt. Ich bin... Danke. Ich wurde hierhin verachtet. Das war gut. Deswegen hast du... Nein! Oder was? Ähm. Wer ist hinterm Blumentopf? Wer ist hinterm Blumentopf? Das ist jetzt. Ja, okay. Ich werde das nämlich jetzt Christoph gewesen wäre, ich hätte ihn so weggemacht, ne? Also wenn er tot ist, er ist wohl selbst gestorben. Ja, hinten war das. Ja, ich sehe. Aber wie? Hm. Wie ist er denn da hingekommen, bitte? Gute Frage. Vor allem, ich habe auch kein Todesgeräusch gehört, das könnte sogar eine Fake-Gleiche sein. Todesgeräusch, wo da hat er das? Das weiß ich gerade nicht. Ah, Fall. Moment. Leute, hier kann man hoch? Ah, okay. Ja, ja. Er ist safe durch Fallen gestorben. Alter, aber wenigstens weiß ich jetzt, dass man da lang kann. Danke, Christoph. Wer ist gerade wieder runtergefallen? Keiner. Oh. Loll. Guck mal dahin. Das ist ja cool. FedEx aimt auf mich. Ach, nicht, er aimt. Guck mal, ob ich das richtig gesehen habe, dass du da in der Tür drin stehst. Jetzt weiß ich, warum er gestorben ist. Ja, da kann man rein. Ja. Moin. Ich auch. Felix, willst du hier gerade hochkommen? Felix ist es. Ah, geile Nummer. Loll. Ja, wer lebt jetzt noch? Also, ich weiß, dass... Ja, okay. Es sind beide Tore. Ich bin nur alleine mit dem Traitor. Denn man kann ja noch reden. Hallo. Ja, wusste ich doch. Ah! Wenn man außerdem vom Sneak-Knopf runterkommt, aber es denn doch glücklicherweise überlebt. Hab ich mich erschrocken, Alter. Das ist so, ich bin Gott! Alter, da sind die Profis am Werk, Alter. Aber ich drehe mich um O. Ich habe das die ganze Zeit gehört, aber ich dachte, da ist hier jemand wieder in eine Prop reingesprungen und bewegt sich. Gibt es hier Props? Was sind Props? Ne, bei Minecraft-Dingern glaube ich generell nicht. Props sind die, die du bewegen kannst. Achso. Das sah ja mal so gekardet aus. Rest of Aims wäre übrigens auch nicht. Da wäre jetzt alleine. Oh lol, Alter, unten ist nicht ein toller Werk. Falls du noch in der Ecke bist, ich würde da weggehen. Finde ich nicht. Gut, jetzt muss jemand rein. Disco reinhauen. Wo rein? Das war ja. Willst du mich verarschen? Ne, du bist ja nicht mehr in der Ecke. Ich werfe hier in die Disco hin. Das ist jubelig'n Scheiß. Hä, ja, das war in der Ecke. Ich bin hier ja nicht in der Ecke. Ich guck grad da hinten hin, weil da jemand grad die, äh, Leiter, ne, die, die Tür hochgeht. Wöchtest du aufpassen? Und ich will überlegen, ob man von da aus irgendwie noch durchkommt. Ich hab ne Disco in der Hand. Was? Verpiss dich mal. Einfach so vorher Zero-Fucks geht und ich hab ne Disco in der Hand. Was, was, was? Moin. Chris. Hektar. Ich hoffe, was. Was ist das? Ja, ist mein Anfall. Mal den Asim. Ich höre die Friendship dann. Ja, ich auch. Und die war auf mich gerichtet. Und John ist tot. Tatsächlich? Ja. Moment, warst du das? Nein. Oh nein. Oh nein. Ich meine, der hat zur Freie Sicht, glaub ich. Ja, genau. Ich hatte Freie Sicht. Hier können wir alles super angucken. Ich würde ja auch irgendwie auf dich setzen. Oder auf Felix. Ich hab keine Ahnung, wo Felix sitzt. Der ist doch vorhin die, die, die Tür hoch oder sowas. Ah, da hinten liegt er tatsächlich tot. Felix, du noch da? Ja, er wird jetzt nicht antworten. Ja. Okay. I see. Oh, das war knapp. So, wenn ich Felix sehe, dann... Ich sehe halt gar keinen. Ah, Chris. Was? Nein. Was? Ich seh dich. Nö. Das ist ne Lüge. Aha. No. What? Was? Hä? 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 Ich hab dich noch getötet vorher. Ja. Ja. Okay. Wahrscheinlich sind wir gleichzeitig gestorben. Hä? Er ist vor dir umgekippt voll. Wie geil das einfach aussah aus deiner Sicht. Ja. Wie die Taube in deine Richtung fliegt. Ey. So geil. Aber auch so dumm, ey. Ey, du hast mich sogar getötet, Chris, ne? Ich? Ich glaub die Taube zählt sogar schon als Kill. Okay. Ah, okay. Ich hab dich getötet oder nicht? Ja, mit nem Friendship. Aber Chris hat dafür gesorgt, dass ich überhaupt erst drin lande. Das ist jetzt Kombo. Danke, Chris, Mann. Er hat das Kombo auf das Ding geworfen. Ja. Und ich dachte mir so, ja, ich bin safe. Auf einmal flieg ich weg. Zack, indirekt eine Lüge vor, Alter. Was für ne Mucke ist das denn? Was der Hell ist das? Was?